So, haben wir uns alle versammelt, ja? Dann können wir uns ja weiter auf die Suche nach der Sturmkugel begeben. Ja, äh, äh, zunächst trinke ich mal hier einen Schluck aus der Pulle. Das ist übrigens ein, äh, Roy-Boss, äh, Vanilletee. Sehr lecker. Ja, sehr zu empfehlen. Ah, ja, okay. Also, dann mal weiter hier. Ich brauche Hinweise. Äh, oh, äh, nee, hier geht's wieder raus. Aus dem, äh, von dem Jahrmarkt. Hm, okay, Mensch, die Welt ist ja ganz schön groß. Äh, äh, nee, ich muss erst mal hier, äh, wissen, wo ich überhaupt hin soll. Ich hab nämlich überhaupt keine Ahnung. Hm, tja. Dann schau ich mal weiter hier. Hm. Hm, war hier denn noch irgendwas? Wenn ich hier abseits der Wege mal ein bisschen gucke. Na, hier ist noch ein Weg. Hm, wo führt der denn jetzt hin hier? Ah, ins nirgendwo. Na gut, äh. Ja, das war ja bis jetzt nicht sehr ergiebig hier. Wobei, ich hab herausgefunden, dass sich, äh, jeder hier gegenseitig beschuldigt. Und, äh, am Ende alle mich. Ja, wundervoll. Äh, nee, das, äh, geht so nicht weiter. Hm. Hier war die alte Frau. Hm. Hier ist ein Zaun. Komme ich denn hier lang? Nee, da ist auch ein Zaun. Hm. Hier ist auch nichts. Hm, 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 hm. Tja. Auch niemand. Oh, was ist denn das für einer hier? Sieht aus wie eine Ratze. Hey, du. Bleib stehen. Wer bist du? Einen schönen Tag wünsche ich. Hm. Gezwungen, meine Sachen zu packen und zu gehen, bevor meine Waren verkauft sind? Das ist kein schöner Tag. Ja, das stimmt. Äh. Würdest du mir freundlicherweise sagen, wo du gestern Abend warst? Ich habe an meinem Stand gearbeitet, um einen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich bin ein Händler. Wo sollte ich sonst gewesen sein? Und was verkaufst du hier? Ich verkaufe Bücher. Was? Bücher. Hast du eine Ahnung, wer einen Grund hätte, die Sturmkugel zu stehlen? Die Kugel ist für viele Stämme wertvoll. Es hätte jeder hier sein können. Und es hätte keiner hier sein können. Ja, das ist ziemlich weise, würde ich sagen. Hm. Warum sollte jemand die Kugel stehlen? Die Kugel ist sehr wertvoll. Sie ist für viele Stämme nützlich. Wie würdest du sie benutzen? Ich bin Händler. Wenn ich eine solche Kugel hätte, würde ich sie gegen das höchste Gebot verkaufen. Dann würde ich mich zur Ruhe setzen und den Rest meiner Tage im Luxus leben. Tja, verkauft hatte ja keiner. Bei dem Geldtauscher war ich ja schon. Obwohl, der hat irgendwas zu verheimlichen. Der holte nicht wirklich raus mit der Sprache. Hm. Da frage ich ihn mal weiter her. Was weißt du über die Kugel? Ich weiß nur, dass sie aus den alten Zeiten stammt, als es noch Menschen gab. Weder weiß ich, wie sie hergestellt wurde, noch wie sie ihre großen Kräfte erhielt. Kannst du mir einen Rat für meine Suche geben? Vertraue niemandem! Nicht einmal deinen Reisegefährten! Schlaf mit einem offenen Auge! Schau immer hinter dich und... Solltest du die Kugel finden, dann versuche sie so schnell wie möglich loszuwerden! Oder sie wird für dich zu einem lebenslangen Fluch! Oh, war ja... Okay. Vielen Dank für deine Zeit, guter Mann. Du warst sehr hilfreich. Allerdings... Okay. Aber die Sturmkugel stammt von den Menschen, ja? Na. Okay. Ich habe hier gerade noch ein anderes Frettchen gesehen. Das ist hier hinter dem Zaun lang. Vielleicht treibe ich das noch irgendwo hier. Ja, hier ist ein Wald. Hm. Das Frettchen sich hier versteckt. Oh nein, hier ist ja noch mehr Jahrmarkt. Es sind noch andere Stände. Aha. Oha. Okay. Dann gehe ich erst mal hier durch den Busch. Hier ist das Frettchen ja lang gelaufen. Hallo? Hallöchen! Wo ist er denn? Frettchen! Bleib stehen! Ich muss dich was fragen! Nee. Hier ist er nicht. Tja. Schaue ich mal hier weiter. Was haben wir denn hier? Hm. Okay. Noch ein Haus. Okay. Hm. Da ist nichts drin. Aber ist schon komisch, dass ich hier einfach in die Häuser reingehen kann. Das macht mich doch irgendwie auch sehr vernächtig, oder? Ich weiß nicht. Wer ist, sollte ich das lieber lassen? Hehe. Vielleicht auch nicht. Wer meint. Hm. Was ist hier oben los? Noch mehr Häuser. Ha. Da war es drin. Nein. Die sind doch alle gleich eingerichtet. Tja. Na dann. Ich gehe mal zurück hier zu dem Hauptgang. Vielleicht treffe ich da irgendjemanden. Hm. Hier. Hm. Ah. Das ist... Wer bist du denn? Ei, ei, ei. Hallöchen. Äh. Herr Bär. Entschuldigung, mein Freund. Ich führe eine Untersuchung durch. Würde es dir etwas ausmachen, mir ein paar Fragen zu beantworten? Du möchtest mir Fragen stellen? Ich bin nicht sehr gut im Beantworten von Fragen. Aber ich werde es versuchen. Hehe. Okay. Ja. Klingt schon mal sehr sympathisch, ja. Wo warst du letzte Nacht? Den weiß ich. Sag's mir nicht. Lass mich nachdenken. Hehe. Ähm. Lieber Bär. Ein Moment. Lass mich überlegen. Letzte Nacht. Heute bin ich hier. Oh, ja. Letzte Nacht war ich auch hier. Ich habe meine Waren für den Verkauf geordnet. Ja, schön. Und was ist das genau, was du verkaufst? Süßigkeiten. Früchte am Stiel. Honig am Stiel. Früchte mit Honig am Stiel. Wenn es süß ist und an einen Stiel passt, dann verkaufe ich es. Ja, schön. Was glaubst du, wer die Sturmkugel gestohlen haben könnte? Hm. Das ist eine harte Nuss. Wer stahl die Kugel? Hm. Lass mich nachdenken. Ich glaube, es war der... Der Dieb. Ähm. Ja. Der Dieb. Genau. Richtig. Wenn du den Dieb findest, dann hast du die Person, die die Kugel gestohlen hat. Ein weiser Bär. Ja. Warum würde jemand, äh, der Dieb die Kugel stehlen? Vielleicht ist sie hübsch. Vielleicht schmeckt sie gut. Vielleicht macht es Spaß, sie kullern zu lassen und damit zu spielen. Ja, vielleicht. Was weißt du über die Kugel? Sie wurde gestohlen. Ich weiß, dass sie gestohlen wurde. Ich weiß nur nicht von wem. Ich wette, das war der Dieb, von dem du die ganze Zeit sprichst. Ich habe nicht gesagt, dass es einen Dieb gibt. Du hast das gesagt. Es gibt keinen Dieb? Oh, das ist gut. Es wäre wirklich schlimm, wenn jemand eine dieser Kugeln gestohlen hätte. Welchen Rat würdest du mir für die Suche nach der Kugel geben? Ähm, lass mich nachdenken. Nimm warme Kleidung mit, insbesondere ein paar Fäusten und einen warmen Hut. Vergiss deine warmen Socken nicht. Sei immer höflich und sag bitte und danke. Ja. Was ist das? Das ist was? Ich glaube, da ruft mich jemand. Ich höre nichts. Vielen Dank für deine Hilfe, lieber Bär. Und halt die Ohren steif. Der ist gut. Ja, der ist sehr gut. Ich habe jetzt aber gerade wieder das Frettchen gesehen. Es ist hier nach oben gelaufen. Vielleicht kommt er ja nochmal wieder. Was ist hier unten los? Krüge. Trink. Ja. Warum nicht, ne? Trink. Wie gibt es denn hier? Wer trinkt denn hier? Oder gibt mir was zu trinken? Hallo. Niemand. Und hier geht es wieder zu einem Haus. Tja. Hier ist noch ein Zelt. Ist da jemand drin? Oh. Hallöchen. Wer bist du denn? Eine Wahrsagerin. Aha. Entschuldigung. Ah. Du möchtest eine Weissagung. Wie lautet dein Name? Mein Name ist Riff und ich komme her, weil ich Informationen suche. Information ist mein Geschäft. Keine Informationen über mich, sondern eher über die Sturmkugel. Ah, also bist du derjenige, der die Sturmkugel suchen soll. Sag deinen Freunden, sie sollen woanders warten und du bekommst deine Informationen. Nun dann, bezüglich der Sturmkugel. Geduld, mein gutaussehender Freund. Zeig mir zuerst deine Hand. Interessant. Interessant. Du kannst nun deine Fragen stellen. Ja, dann hau ich mal raus, ha? Ich nehme an, dass du letzte Nacht in deinem Zelt warst und Weissagungen gemacht hast. Also, wer macht hier die Weissagungen? Ich war hier, süßer, den ganzen Abend. Vielleicht könntest du in dein Kristall schauen und mir sagen, wer es war. Nun gut. Ich sehe Formen. Viele Formen. Aber ich kann sie nicht genau erkennen. Ich spüre eine große Macht. Deine Suche wird sehr gefährlich werden. Hm. Tja. Okay. Zu welchem Zweck wurde die Kugel gestohlen? Wenn der Dieb Informationen über die Jahreszeiten und das Wetter verkaufen würde, würde es ihn sehr reich machen. Was weißt du über die Kugel? Ich weiß, dass die Sturmkugel nur eine von mehreren ist. Ich weiß auch, dass alle Kugeln irgendwie mit einer großen Intelligenz verbunden sind, von der sie ihre Kräfte beziehen. Und was ist die Quelle dieser Intelligenz? Das ist ein Geheimnis, das mit den Menschen verschwunden ist. Das ist doch mal interessant. Aha. Okay. Mehrere Kugeln, die mit einer Intelligenz verbunden sind. Hm. Welchen Rat kannst du mir für meine Suche geben? Ich würde vorschlagen, dass du den Tatort untersuchst. Vielleicht findest du dort weitere Teile zur Lösung des Rätsels. Du meinst eine Reise zum Heiligtum der Sturmkugel? Ja. Dort findest du Elara, die Alte. Sie könnte dir helfen. Doch erst musst du sie davon überzeugen, dass du ein reines Herz hast. Hm. Okay. Dann mach ich mich auf den Weg. Vielen Dank für deine Hilfe und deinen Rat. Möchtest du nicht noch etwas verweilen? Du könntest dich auf meinem weichen Bett noch etwas für die Reise ausruhen. Meine Freundin wird gefangen gehalten. Ich werde keine Ruhe finden, solange sie nicht frei ist. Ach so. Dann los mit dir. Du Gutaussehender. Möge das Glück mit dir sein. Hm. Tja. Zum Heiligtum der Kugel, ja? Aber wie soll ich denn dieser Elara beweisen, dass ich ein reines Herz hab? Hm. Ja, okay. Das ist doch schon mal sehr viel Information gewesen. Weiß er ja vielleicht noch irgendwas? Hm. Dies war einer der besten Märkte, der jemals stattgefunden. Nee. Der weiß nichts Neues. Hm. Also das war bis jetzt der beste Hinweis. Eine Reise zum Heiligtum der Kugel. Tja. Ich würde aber schon gerne noch dieses Frettchen da befragen. Hm. Wo ist dieses, äh, nette Tierchen denn nur? Hm. 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 Ja, ich könnte auch hier stehen bleiben. Früher oder später kommt da vielleicht vorbei. Vielleicht auch nicht. Hm. Wer weiß. Hier ist wieder die alte Frau. Naja, dann würde ich vorschlagen, ich, äh, ja, ich mach mal eine kleine Reise. Zu weiß der Geier wohin. Hm. Zum Heiligtum. Zum Heiligtum der Kugel. Da soll es die alte Ilara geben. Das ist der beste Hinweis. Ja, dann mal los. Hm. Ja, wo soll das denn sein? Ah ja, hier, hier direkt. Guck mal hier. Heiligtum. Was gibt es hier noch? Was ist das? Gehe zur Höhle. Was ist das? Was? Gehe zum Wald. Gehe zu Dorf. Gehe zu Schloss. Was ist das? Gehe zu Haus. Hm. Okay, dann gehe ich mal zum Heiligtum. Was hat die Wahrsagerin ja gesagt? Wow. Na, das sind mal große Türklopfer. In der Tat. Hoffen wir, dass die da drinnen auf unsere Recherchen nicht negativ reagieren. Es ist mir egal, solange sie unsere Fragen beantworten. Oh. Hat sie denn noch irgendwas zu erzählen? Ich wette, ich könnte über dieses Tor springen, wenn ich es wirklich wollte. Okay. Ich mag große Tore. Sie geben mir ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Gut. Okay. Dann große Statue. Die Handwerkskunst der Frettchen. Was soll ich sonst noch sagen? Haha. Ja. Schick. Auf jeden Fall. Okay. Was soll denn das hier für ein Heiligtum sein? Oh, hallo. Wo ist mein Becher? Hat jemand meinen Becher gesehen? Was für ein Becher? Hat hier einer eine Waffel? Hier ist eine Tür. Schauen wir mal. Abgeschlossen. Da ist bestimmt keiner zu Hause. Ach, hier sind die Türen abgeschlossen. Und auf dem Jahrmarkt nicht. Ja, okay. Und hier rennt eine Beknackte rum, die ihren Becher sucht. Na dann kann ja gar nichts mehr passieren. Und hier? Oh, da ist noch eine. Oder ist das dieselbe? Wo ist mein Becher? Hat jemand meinen Becher gesehen? Da ist dieselbe. Oder die gleiche? Wer weiß? Abgeschlossen. Da ist bestimmt keiner zu Hause. Da ist noch ein Hase. Sei vorsichtig, Ref. Über sie nichts. Ja, das ist ein guter Tipp. Tja. Blumentulpen oder was? Ne, reden wollen die nicht mit mir. Die Häschen. Komisch. Naja, gehe ich erstmal hier lang. Also ist ja schon ganz nett hier. Irgendwie. Da stand gerade was an der Bank. Habe ich doch genau gesehen. Da oben. Ist das der Becher? Sieht wie ein gewöhnlicher Becher aus. Ja, dann greif mal zu hier. Ähm. Nimm. Jetzt komme ich da nicht dran. Du stehst den Weg. Äh, ja. Geh mal zur Seite. Kollege. So. Nimm. Becher? Ja, okay. Jetzt kann ich hier der beknackten Tante den Becher wiedergeben, oder? Ich bin fürchterlich beschäftigt. Oh ne, das ist ein anderer Hase. Muss ich die andere Häsin wiederfinden. Die war irgendwo hier am Anfang. Hallo, ich hab deinen Becher. Häschen. Bunnylein, guck mal. Ich bin so spät dran. Bitte lasst mich weiter. Hm. Okay. Hallo, Häschen. Nee. Nicht mehr da. Hm. Seltsam. Oh, da ist er. Na? Abgeschlossen. Da ist bestimmt keiner zu Hause. Oder gib Becher an Häschen. Nee. Das findet auch nicht. Hm. Naja, egal. Ich geh erstmal weiter. Wer weiß, wofür der Becher noch gut ist. Also. Hier war ich ja schon. Dann bin ich hier reingegangen. Hier war die Bank mit dem Becher. Was haben wir hier? Ah ja, hier ist noch eine Tür. Geht die auf? Das kann man nicht öffnen. Abgeschlossen. Da ist bestimmt keiner zu Hause. Ah, okay. Was ist das? Das Tor ist verschlossen. Okay. Na dann. Wieder zurück. Okay. Dann mal hier weiter. Ich folge einfach mal den Weg. Irgendwohin wird er schon führen. Hoffe ich. Hm. Und hier geht's wieder raus. Seltsam. Oh. Oh, was ist das denn? Ei, ei. Eine, eine Statuette. Eine Statue. Hübsche, fuchsige Statuen. Fuchsig? Hübsche, fuchsige Statuen. Ja, nett. Was sagt Ok dazu? Von hier aus sieht der Tempel ziemlich langweilig aus. Ach, das ist der Tempel. Okay. Von hier aus sieht der Tempel wirklich hübsch aus. Okay. Ja, dann mal los, wa? Der Tempel. Ist das das Heiligtum? Ja, nehm ich mal an. Was wollt ihr? Wir suchen Ellara, Beschützerin der Kugel. Ihr habt sie gefunden. Wer seid ihr? Mein Name ist Riff. Dies sind meine Gefährten. Ja, Leutnant des Waldkönigs. Und Feldwebel Ok. Von der Keilerwache. Wir sind gekommen, um nach der Sturmkugel zu suchen. Zu welchem Zweck? Um sie hierher zurückzubringen. Woher weiß ich denn, dass ihr sie nicht selbst behalten werdet? Hm. Ja, äh. Ja, ich geb dir meine Ehrenwort. Ihr habt mein Ehrenwort. Und was weiß ich von eurer Ehre? Ein Gerücht besagt, dass die Kugel von einem Fuchs gestohlen wurde. Woher weiß ich denn, dass du nicht selbst der Dieb bist? Es gibt keinen Beweis meiner Schuld. Nur die Vorurteile der schlichten Gemüter. Wäre ich im Besitz der Kugel, warum würde ich wieder hierher kommen? Vielleicht, um zu schauen, was du noch stehlen kannst. Aber ich... Aber ich... viel. Aber wie soll ich wissen, dass du ihn wirklich repräsentierst? Trage ich nicht die Uniform der Elchwache? Jeder kann eine Uniform tragen. Bringt mir ein Zeichen der Vollmacht vom König persönlich. Und ich werde euch bei euren Untersuchungen unterstützen. Welcher Art soll das Zeichen sein? Der König wird es wissen. Aber unsere Zeit ist knapp. Wir haben nur bis neun Mond Zeit, die Kugel zu finden. Dann würde ich vorschlagen, dass ihr drei euch beeilt. Nun geht. Geht. Kommt wieder, wenn ihr das Zeichen habt. Zeichen vom Waldkönig. Ja, was sagt denn Eher dazu? Nichts. Tja. Würde mich aber schon interessieren, ob die da was so zu sagen haben. Hallo? Von hier aus sieht der Tempel wirklich hübsch aus. Nichts Neues. Na gut, dann muss ich mich wohl wieder auf die Reise begeben. Tja, ein Zeichen. Hm. Ich glaube hier, ich kann hier auch eine Abkürzung nehmen. Ja, genau. So viel habe ich mir gemerkt. Ja, nee, das ist ja gar nicht so kompliziert. Sah auf den ersten Blick so aus. Aber was hat das denn jetzt hier mit dem ollen Wächer auf sich? Naja. Ich werde es da rausfinden. Erstmal raus hier. Ja. So, zum Waldkönig. Ja, wo kann der sein? Im Wald, nehme ich an. Hier war das doch, ne? Ja, gehe jetzt zum Wald. Na dann mal los. Ein reines Herz. Hey, du Waldkönig. Ah. Endlich wieder daheim. Jedes Mal, wenn ich vor diesen geheiligten Toren stehe, erfüllt mich Ehrfurcht vor dem, was dahinter ist. Bäume, Blumen, Flüsse, Fische. Ein Überfluss an Nahrung. Was kann man mehr wollen? Schlamm natürlich. Die Vollmacht würde mir genügen. Ja, bitte. Bitte. Eine Vollmacht. Ja. Ja, schön ist das hier. Auf jeden Fall. Hier sind Blümchen. Eine schöne Aussicht. Ein lieblicher Duft. Es ist schön, dass wir eine solche Pause einlegen können. Ja, ist auf jeden Fall nett hier. Noch mehr Blümchen. Ja, nett. Nicht viele Blümchen. Na denn? Hinein in den Wald. Ei, ei, ei. Ja, ja, ja. Eure Majestät, wir sind äußerst dankbar für diese Audienz. Wie kann ich euch behilflich sein? Wir wollten uns bei unseren Untersuchungen im Heiligtum umschauen. Elara, die Herrin des Heiligtums, hielt uns jedoch auf. Ja, sie lässt uns nicht rein, bis ihr es sagt. Was die Keilerwache meint, ist, dass sie eine... ...vollmacht von euch benötigt, bevor sie uns den Zutritt erlaubt. Habe ich das nicht gesagt? Elara ist weise. Niemand ist qualifizierter, die Kugel zu bewachen als sie. Und von allen, die den Verlust spüren, ist sie es, der er am meisten schmerzt. Hier, bringt ihr dies. Dies wird sie davon überzeugen, dass ihr in meinem Auftrag arbeitet. Ein goldener Apfel, das ist alles? Dieser Apfel spricht Bände. Nun geht. Eure Suche wird sehr schwierig werden. Und Zeit ist die Essenz, wenn ein Krieg mit den Keilern vermieden werden muss. Wir stehen in eurer Schuld, Majestät. Oh Gott, ein Krieg mit den Keilern? Hat er denn noch mehr zu sagen? Was? Gibt es da noch etwas, das gesagt werden muss? Hm. Tja. Unsere Suche ist zu einem Stillstand gekommen, Eure Majestät. Ich bin gekommen, um euch um Rat zu fragen. Nun gut. Rat sollst du bekommen. Ziehe wieder los und halte Ausschau. Und komme nicht wieder, bis du Neuigkeiten von der Kugel hast. Aber Eure Majestät. Sage nichts mehr, Fuchs. Fordere nicht meine Geduld heraus. Hint fort. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Okay. Na dann. Wunderschön. Na, goldener Apfel. Das ist die Vollmacht. Wie hältst du das nur aus, in so vielem Grün zu leben? Bäh, was für eine Farbe. Okay. Und er? Eure Majestät. Es tut uns leid, euch gestört zu haben. Einen guten Tag, Eure Hoheit. Ja. Ja, komm, wir hauen ab hier. Äh. Nein. Ich habe ja, was ich wollte. Deine Vollmacht. Ah. Ja, hier ist viel schöner. Okay. Ja, dann mal los. Zurück zum Heiligtum. Mal gucken, was Elara dazu sagt. Und hinein. So, jetzt muss ich wieder durchs ganze Dorf rennen, ja? Tatsächlich. Na dann. Ich weiß ja, wo es lang geht. Immer geradeaus. So, der Nase nach. Und dann, ja genau, hier ist die Abkürzung. Und dann müsste es doch hier wieder rausgehen. Richtig, genau. Prima. Dann los, ab zum Heiligtum. Oh, jetzt bin ich aber gespannt, wie es hier weitergeht. Ei, 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 ei. Ah, da ist Elara. Huh, die quatsch ich gleich mal an. Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn